Wir haben leider wieder sehr viel Geld ausgegeben. Die RC-Autos werden immer kleiner. Das unboxing können wir schon nicht mehr in der wohnung machen, so klein ist der. Das ist der Arma Outcast 8S 1 zu 5er. Wirklich riesig. So ein richtiges Gönner RC-Auto. Der sollte eigentlich perfekt sein für Stunts. Der hat in Relation zur Größe, wenn man es mit dem Crayton vergleicht, einen kürzeren Radstand, hinten sogar eine Wheeliebar. Vorher wird der kleine Kollege von einem Spectrum Firmamotor. 1250 kV. Das ist ordentlich Drehmoment. Die KV-Angabe gibt an, wie viel Umdrehung der Motor macht, wenn man einen Volt anlegt. Je niedriger dieser Wert, desto mehr Drehmoment hat der Motor im Endeffekt. Auch hier mit den Längsstreben. Auf jeden Fall ausreichend versteift. Das hat auf jeden Fall ordentlich Potenzial. Auch eine fies dicke Chassisplatte. Guckt euch einfach mal diese Querlenker an. Vergleich das mal mit meiner Hand. Das ist schon gigantisch. Die dick ist die. Also die hat locker 5 mm. Ein Rad so dick wie mein Schädel. Ich weise dich auf jeden Fall während Vatertag den Bollerwagen ziehen. Um zu zeigen, wie riesig der Outcast wirklich ist, haben wir mal ein paar lustige Vergleiche angestellt. Nämlich der Arma Outcast im Vergleich zu einer 1,5 Liter Wasserflasche. Einem Kaffee. Einem 5 Liter Farbeimer. Einem Samsung Galaxy S21 FE. Warte mal. Kaffee? Einer FPV Drohne. Einem Garten Kobold. Einem 3 Monate alten Baby. Mir. Dem Arma Creighton 6S 1 zu 8er. Wenn ich den Kleinen hier so stehen sehe, wollen wir eigentlich gar nicht länger warten. Wir wollen den direkt gleich mal ausprobieren und schauen, was er so kann. Leider können wir heute nur auf 6S fahren. Die entsprechenden 8S bzw. 2x4S Akkus kommen noch. Aber so lange können wir nicht warten. Also, ich würde sagen, los geht's. Immer wieder eine beliebte Location für kleine Testfahrten. Hier geht der wenigstens keiner um den Sack. Hier, Uncut. First Reaction. Erste Fahrt. Mit Einsteller am Räten. Hier, Uncut. Mach halt irgendwas. Man wird ja sehen. Wuh, Junge. Ja, ich würde sagen, dann gib mal Vollgas. Ich überfalle einfach mal einen großen Kreis um mich herum. Ich werde mich angreifen. Okay, mach mal den. Mach den. Mach den. Oh, gut. Kannst du dir mal ein bisschen den Rasen mähen. Da bist du einfach so... Ja, also viel können wir hier leider nicht testen. Keine Sprünge, kein nichts. Auf 6S ist natürlich nicht ganz so krass wie auf 8S. Aber... Du kannst ja auf jeden Fall den ganzen Platz umflühen. Sandsturm. Oh, Alter. Verdammt. Oh, Alter. Käfer-Modus. Na, Ende aus. Zusammenpacken. Ja, hat's wieder gelohnt. Bisschen hell hier. Aber ich würde sagen, das war schon ordentlich. Leider nur auf 6S. Und die Location ist jetzt auch nicht die beste. Wenn wir demnächst 8S reingeworfen haben, dann geht's wieder zum Landschaftspark Duisburg Nord. Da können wir den auch ein bisschen fliegen lassen. Vergesst nicht, das Video zu liken, falls euch das gefallen hat. Und wenn ihr mehr vom Outcast sehen wollt und generell RC-Content, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis demnächst. Beidegungsmöglichkeit. Was ist in der Zeit noch nicht? Vergesst nicht. Leben, das war, immer wieder uns zu. Beidegungsmöglichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020